Channel switched. Das ist ja krank, Alter. Schon. Gege Nuri. Was heißt das? User joined your channel. Toll. Green Scheiser, was das heißt. Oh. Warum? Ich hätte es jetzt aber so... ... so harsch ausgedrückt. Oh nö. Oh, ich habe es erlebt. Ja, ich auch. Da kommen sie. Da kommen sie, der Verbrecher. Der Verbrecher. Alle fühlen sich immer vom Ösi-Channel so angezogen. Ja. Wie kommt das nur? Bruder, Deutsch nix gut. Nix mensch. Deutsch nix mensch. Wie ist das für ein Bild? Das bist du nicht. Voll hübsch. Ja, das war ich mal gut. 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 Aber ein Bagger ist auch ziemlich hübsch. Viel hübscher. Äh, das wüsste euch wirklich aus. Ja, das glaub ich dir. Was bin wirklich? Ja, das war's, Junge. Ein bisschen behaart. War hart. Ich mag's auch an, ist behaart. Wer geht ins Glas und sowas, ey? Ui. Landat, Alter, passiert sowas. Ganz normal. Ich hab's auch schon auf gehabt, oder? An was ziehst du da? Spaghetti. Aber der Hund auch wiederstellt. Spaghetti. Brolov. Bruder vom Olaf. Yes. Brolov. Was ist denn das auf deinem Bild? Sum Eis mehr als der Hund, der in den Bon zog'n ist? Er schichtricht sich denn da. Er hat gebühlt. Tot in the Make YEA. Wiewu. Der Bruder hat voll ab. Ja, was ist das? Scheiße! Äh... Das war's wieder gut. Ist ja da echt eine Öse. Was ist ja? Sie ist ja. Sie ist ja. Sie ist ja. Nein, ich bin keiner, weider. Bruder, ich hab Reisepass, willst du ihn oder was? Äh, noch mal. Habt ihr auch so einen ganzen Katalog für die Schweizer? Verlobte? Ich hab letzte Woche Schweizer kennen gelernt, die haben keinen Ausweis, die haben einen ganzen Katalog dabei. Bist du Katalog? Wie so ein Reisepass oder sowas. Neckermann, Neckermann. Die haben wenigstens eine Zuckertose aufgemacht. Der Neckermann. Die sind ja schon wacker. Tja, bitte. Gibt's du Skunk Nummer 1 oder Golden Green? Golden Taste. Prolaf. Aber heißt mir echt so Prolaf? Prolaf. Also steht das da auch so auf dein Perl. Genauso mit der 4, genau. Töpfe auch weh. Bist du bepert? jetzt bin ich froh, dass ich es doch aufgenommen habe. Jaja. Kakao, Bauch. Der Polar. Oh nö. Och nö. Noch nie League of Legends gezockt. Noch gegen KZ Kevin. Was? Uh, er geht auf KZ. Er geht auf Kevin. Ich bin Jude. Ich bin Jude. Ich fühl mich beleidigt. Beleidigt. So ist das nicht irgendwie komisch? Als Jude in Österreich zu nehmen. Das war komisch. Adi ist mein Homie. Wir waren zuerst hier. Adi. Adi. Wir waren. Der geht jetzt immer noch. Na ja. Könnt ihr das Ö-Team? Nee. Ey, ich mach den Service unter Verbruchte. Alter, ey. Ich muss öfter sein. Redet mal so richtig österreichisch. Nö. Aber ich bock dich nicht. Ich bock dich auch nicht. Ich bock dich auch nicht. Ich bock dich auch nicht. Könnt ihr jodeln? Ich bin fast, Alter. Aber du hast Redet nicht gesagt. Ich redet nicht so über Prolete, Alter. Prolete. Prolete. Kann ich mich nicht drüber freuen. Oh, ne Scheiße. Jetzt bei Allerschaft könnt ihr das? Was? Jodeln. Nein. Nein. Es könnte jeder wie es welche jodeln. Ich weiß es ja nicht. Es könnte jeder bei ihr jodeln. Ja, dann. Wir bringen euch jodeln bei. Könnt ihr sein, dass jeder so ein kleines bisschen kann. So, weil man es halt mitkriegt. Weiß ich ja nicht. Wie viele jodeln. Könnt ihr wer weh? Jodeln. Jodeln. Alter, was hat der Scheiße. In der Welt der Wohrkraft? Wohrkraft? Wohr. Wir spülen Wohrkraft. Aber, äh, das Wohrkraft ist umzu Wohrhaft. Ja, das ist... Alter, das hat sich hier rein. Das Wohrkraft ist Wohrhaft. Ah, ich glaub kurz gleich. Wohrhaft. 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 Wohrhaft, in dieser richtigen Reader werfen. Wohrhaft. 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 Wie bestimmt den Namen ich habe? Hast du irgendwie mal ne Wette verloren oder hast du den rausgesucht? Ne, das... Also die Geschichte beginnt so, denkt man so, ja, wie soll ich mich nennen? Und dann kommt so einer daher, nenn dich doch Prolove. Wie kommst du da drauf? Hast du den Namen eben erfunden? Ja, ich habe ihn erfunden. Okay, nenn mich Prolove. Eine Woche später spiele ich League of Legends. Ah, ein Champions-Skin heißt Prolove. Statt Olaf eben Prolove. So komm ich zurück. Es ist die Wahrheit. Und wie alt bist du? Ja, äh, wieso? Hast du Interesse? Ja. Kostetisch ist nur ganz billig, nur 20 Euro in der Stunde. Ich mag Ösi. So ein kleiner Haus Ösi. Selbst unser Fußballspiel heißt Ösi. Ne, Özil. Özil, Özil, Monog Özil. Persil, genau. Persil. Murat, es geht. Ey, Murat. Ja. Hast du wirklich Murat? Ja. Murat, es geht. 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 Wir wollen sich über Mbaka herziehen. Mbaka? Mein echter Name. Schwarzer Applikaner. Mbaka. 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 Ich habe ihn Mbaka verstanden. Mbaka. Hast du dich schon mal von den Mbaka gehört? Mbaka. 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 Mbaka ist mein Bruder. Mbaka. 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 Kakaobauben heißt Kakaobauben Scheiß-Menschen 9 9 9 19 neunzisch 92 aus den Öfen kommst du also mal öffnet so Weizung soofen wenn ein kleines wie war das KZ im Keller ach so war das KZ im Keller manche haben einen Sauna naja du nimmst eine Schaufel und beginnst zu schaufeln aber wie willst du mir einen schaufeln mir man kann nicht ihm schaufeln ich kann nicht schaufeln man kann ihn schaufeln aber nicht ihm weil ihm zu schaufeln würde ja heiße dass du ihm ja man kann doch auch buggerlen wenn man buggerlen kann dann kann man Rohre verlegen und wenn man Rohre verlegen kann kann man auch schaufeln was hat das Schaufeln mit Rohre zu tun verarsch dir gerade Bauarbeiter und Bauarbeiter können wir das schaffen Bauarmeister jo wir schaffen jetzt möchte ich dann echt auf die Straße gehen ja ja voll das eingeschweißte Team ja der Musikwunsch Musik Musik was? 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 Waduk 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 Dürük 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 Scheiße P Dürük Dürük Akzent, den du lachst. Das ist schon mehr einen Blasen. Bei Blasen kennst du das schon aus, ne? Wenn man oft den gesorgt bekommt, dann kennt man sich halt aus. Jetzt ganz authentisch mit der Hand in der Ose. Jaja, das ist immer so, ne? Also, habt ihr einen Musikwunsch? Aber schnell, weil jetzt nicht gleich meine Festplatte voll. Was wollt ihr haben? Äh... Also, äh, was wollt ihr haben? Wir haben, äh, Titanic-Auflager? Boah, nett. Wir haben... Ich bin so weit, wie folgt Musik. Das war nichts des Melossus. Wenn's früh am Morgen die Werksirene dröhnt Und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt In der Montage... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Bei Gebergebürger. Wer ist mit Gorgorov? Gorgorov? Das gefällt mir nicht. Ne? Ich nicht. Also, Leute. Festplatte...